single draft wieder ein single draft nullefaier stimmen die 40 50 warum haben wir den nennen 100 wins 1300 wins I don't, I don't! Best. Ten seconds! Five seconds left! ja das sollte mir wirklich Lucy, ja natürlich, natürlich, wahrscheinlich Gegner, Archer, Troll, Troll, Okay, okay. Niemals. Ich krieg's nicht so sehr auf die Fresse. Hey, Roam. Hey, alleine gegen zwei. Das wird nicht gut ausgehen. Hm. Hm. Bitch, please. Genau. Versuch's. Versuch's, Omni. Versuch's. Auf jeden Fall schon mal für die Bulls. Verdammt. Das wär echt... Au. Ah, gut, das hilft auch schon. Könnten wir Bulls holen? Das wär jetzt schon mal ein... Anfangen. Würde ich auch gerne machen. Hm. Hm. Ja, Punch, was geht? Kommst du trotzdem nicht? Nope. Nope. Oh shit, man. Wann? Muss man den Kack echt bringen lassen? Of course. Damit. Das ist mein Fehler. Ah, ja. Hm. Ah, dammit. Schon unterwegs. Quatsch, nervt halt, wenn er direkt da rumrennt. Kann ich nicht viel. The hell, das ist auch immer wieder versucht. Goddammit, ich brauche auch meinen Shit. Leute. Meinetwegen geht's zur T.A., das ist mir. Den Wort hätte ich woanders gebrauchen können. Alter, ich habe echt ein Problem mit Part, Junge. Ich komme an nichts ran. Sehr gut. Tatsächlich auch nicht wirklich zwingend mehr als nötig. Ja, 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 ja. Ah, okay. Ah, jetzt bin ich wenigstens schneller. Ja, ich bin wenigstens. Ja, ich bin wenigstens. Dammit. Dammit. No, 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 no. Fragen, bitch. Oh. Ah, der denneilt sich. Ah. Ne, der hat sich nicht denneilt. Was? Was the hell? Get enough? Yes. Dammit. Ja, der hat zu viel Rod geskillt im Moment. Das tut ihm zu sehr weh, dass er es lange anhaben könnte. Ah, dammit. Danke für den Last Sitch. Noch einig zugehauen. Hm. Scheiße gelaufen. Dammit. Sehr gut. Oh, meine Last Sits sind... Eigentlich fast okay. Ah, leider. Hat er recht. Dammit. Ja, immer noch nicht genug. Sorry. Ah. Ah. Voidstone ready. Ups. Yes. Ah, dammit. Dammit. Na komm. Ich krieg tatsächlich noch einen ab. Okay. Schade. Ja. Dammit. Schon wieder einen Purge. Oh, mein Gott. Ah. 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 Ja, komm her, du Arschgeige. Gefällt dir, hm? Sehr gut. Es ist nicht Zeit. Ah. Ah. I don't care. Ich krieg trotzdem wenig Farm. Ein bisschen hinterher. Schönes aber jetzt. Oh Gott, der Parch ist dämlich. Der Parch ist so dämlich. Der hätte sich nicht hinein müssen. Weil es da einfach nur Rott ausgemacht, dann wäre das... Wäre das Ganze cool gewesen. Für den Voidstone. Und Darkstale. Voidstone hilft einem so sehr weiter. Ja. Ah. Guck mal. Au. Ach. So. Warte, was? Was? Das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Nein. Ah. Mir geht so weit gut. Ah. Nein. 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 Warum soll ich nicht mal was abgeben? Der ist ja wirklich so dämlich. ist wirklich so doof oh mein gott da muss hier rüber ich kann mich von hier aus nicht hocken weil er sowas nicht predikten kann mehr oder weniger free farm muss die creeps erst loswerden hat er jetzt gemerkt dass es mich nicht interessiert wenn er mich haut das ist der hammer aber im omnis vielleicht könnte ich ihn immer noch nicht töten das ist das traurige hat 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 Oh! Der ist hier. So eine Flachpfeife, der hat ja gar nichts. Ah, wunderbar. So was macht Spaß. Das sollte helfen. Oh, Doom ist schnell. Ah. Irgendwann ein Stück. Oh, ich bin spät mit meiner Battlefury, das nervt. Ah, okay. Oh, ich dachte, der will. Nein. Yes. Na, komm. Wunderbar. Oh, ja. Oh, schon. 15 Minuten ist... Okay. Ist okay. Okay. Drimmer. Drimmer. Battle call. No retreat. Dann. Fresh, mate. Aw. Trap, coming through. Will practice comes strength. Yeah, 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 yeah. vermutlich würde ich mal sagen ich würde es mal start verboten ach die verlangsamen mich ja da war was schiit man Oh, shit. Oh, shit, man. Oh, shit. Ja, Oracle Level 13, das ist das, was man in der Mitte nicht mag, ne? Godlike hin oder her, mein Freund. Dein Level ist eins unter meinem... Oh, shit, man. Erst, erst, erst Jascha fertig. Okay. And the best thing about the enemy's top tower is it's goth. Ja, ja, ich bin dran. 20 Towers, run. Schau nicht mehr auf unsere Gesichter. Bring uns noch eine. Und das, äh, wäre für ihn dann echt problematisch geworden. Dann. Jetzt gibt er auf. Ja, ja, ich weiß. Ah. Huh? Huh? What the heck? What the heck? Das war mir immer lächerlich. Oh, Mann. Ich glaube kaum, dass ich hier noch zu den Null-Fire-Kills komme, wenn ich hier so weitermache. Das bringt ihm überhaupt nichts. Jedes Mal wieder. So. Jetzt vielleicht Null-Fire haben. Wohl. Ich bin nochmal am Überlegen hier. Butterfly wäre schon schön. Aber ich glaube, ich komme zu nichts mehr, wenn ich einfach nur... ...jetzt Null-Butterfly gehe. Oh Gott. oh mein ich Er ist gestorben, ne? Will ich nicht übermäßig pushen? Eigentlich einfach nur farmen. Eigentlich einfach nur farmen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hm? Ja, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinschaffen, ne? Hm. Ah! Komm schon! Ah! Ah! Ah, das ist klar. Oh. Oh. Hm. Hm. Oh. Ja, wäre eine Idee, ne? Ah. Ja, hol dich in den Skull, aber okay, ich gehe auf Right-Click-Build, in meinem Wegen. Und wo wir nicht loben können? Wurde! Also, wir müssen das wieder aufhören! Das ist sollten necessär, wir müssen das wieder aufhören! Bzwill jetzt. Wir müssen begrenzen! Wir müssen das wieder aufhören! Du kannst das noch aufhören! Wen hat der... Das hat so nah geklungen. So, ich habe einen Butterfly. Und... Mein Armer. Dann boom den nochmal. Okay, farm. Oh, cool. Dann nochmal fast. Oh my god! Wo ist Bane? Ich kann Bane. Ah. Oh, da ist ein Bane. Ah. Ich habe schon. Ich brauche... Ich will wenigstens mal drei Null-Freierkills haben. Ich bin 2K. Oh Gott. Direkt wieder da. Oh, okay. Okay. We go. We go. Okay. 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 Oh! Ja! Auch immer noch ein bisschen. Von allen wegen. Wo sie den killen. Jetzt die Wettbewerb beginnt. Äh... Es ist nicht Zeit. Ja, ja. 150? Ich geh nicht aus denen raus, ne? Komm doch, krieg ich. Okay. Okay. Ich schmeiß jetzt nur noch eine Nullefire. Auf die, die gerade am sterben sind. Und dann... Damit. Ah. Kein Gott. Oh, der mit seinem scheiß Abklingzeiten. Ich könnte kotzen. Ah, ich krieg das nicht geregelt. Das ist nicht. Es ist nicht. Bitte! Bitte. Amen. Mann, Mann, Mann! damit diesmal lief es so gut dass ich nicht mal zu einem nuller feier kam es letztes mal lief so gut ich hatte zwei battlefield haben dann erst nuller feier gebaut ja ich hab zu viel gepusht jetzt 2,1 und dann wieder auf mein ich wollte noch mal 3,1 hatte nur boots und daggern bitte der ist in der mitte gut kein problem das ist mein counter verdammt 3 dazugeben so 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 what the hell es hat einfach keiner gefarmt keiner gefarmt oooohh so geil keiner hat gefarmt keiner bin wieder an die die 100 last hin ich ich für mich hühner ist er gerade pakistin oder was? so, ein kill und was denn das? die minute einer hier acht 13 15 noch mal rausfinden das dachte ich versammelt selben level gehe ich auf russisch an der sogar höher der ist noch höher so einfach russisch an er dann anfängt zu erzählen wow alles so leise hier Wunderbar. Nächster Sieg. Und noch mehr Comments. Das ist noch viel besser. Dann, wollen wir mal sehen, was die nächste Runde so macht. Nein, habe ich noch nicht mal bekommen. Nullerfeier eingesetzt, gekillt, nix rausgekommen. Naja, was soll's. Ciao.